Die 13-jährigen Jema aus Ägypten singt, wo und wann immer sie kann. Tanzen ist ihre zweite Leidenschaft und die SOS-Kinderdörfer weltweit fördern ihr Talent. Als Teilnehmer des SOS-Kreativprojektes Harakat stehen Jema und fast 100 andere Kinder und Jugendliche sogar regelmäßig auf der Bühne der Oper von Kairo. So fördern die SOS-Kinderdörfer weltweit nicht nur Kinder und Jugendliche in Ägypten, sondern gezielt Mädchen in einer Gesellschaft, in der sie sonst keine Chance auf Anerkennung haben. Ägypten, ein beliebtes Reiseziel. Die Pyramiden von Gizeh zeugen von der großen Vergangenheit des Landes am Nil. Die Hauptstadt Kairo ist heute eine 20-Millionen-Metropole, in der die Menschen ums Überleben kämpfen. Viele leben unterhalb der Armutsgrenze von weniger als einem Euro pro Tag. Die SOS-Kinderdörfer weltweit fördern sozial schwache Familien, die auseinanderzubrechen drohen. Njema lebt in Shubra, einem armen Wohnviertel. Für Kinder gibt es hier kaum Abwechslung. Früher langweilte Njema sich nach der Schule zu Hause. Seit sie am SOS-Kreativprojekt Harakat teilnimmt, sind ihre Nachmittage ausgefüllt mit Treffen und Broten. Auf der Opernbühne wird sie auch bei der nächsten Aufführung wieder singen und tanzen. Ihr liebster Partner ist dabei ihr Bruder Mohammed. Manal Badr ist die Projektleiterin. Die SOS-Psychologin arbeitet schon seit Jahren mit Kindern und Jugendlichen aus zerrütteten Familien. Im Rahmen des SOS-Familienprogramms etablierte sie 2010 das Projekt Harakat zu Deutsch Bewegung, um die Kinder vor der Straße zu retten. Unser Ziel ist es, den Kindern eine sinnvolle Freizeit zu geben. Sonst hängen sie nur draußen herum und treffen die falschen Leute. Womöglich kommen Drogen ins Spiel oder sie fahren Motorrad und bringen sich in Gefahr. Sie suchen sich die falschen Freunde oder hängen einfach nur vor dem Fernseher. Das SOS-Kunstprojekt ist eine echte Investition in die Zukunft dieser Kinder. Unter der Anleitung von Profis wie dem Choreografen Adil Nasser üben die Harakat-Gruppenmitglieder mehrmals wöchentlich ihre Bühnenshow. Im Proberaum unter dem Dach herrschen im Sommer über 40 Grad Hitze. Doch das stört keinen. Die Kinder sind begeistert bei der Sache. Manal Badr und ihr Projektpartner, der Schauspieler und Produzent Mustafa Hossayen, besuchen heute gemeinsam die Proben. Sie wollen mit den Kindern einen mehrtägigen Trainingsausflug machen ans Rote Meer. Manal erklärt, was die Kinder mitbringen sollen und bespricht die Verhaltensregeln, die alle einhalten müssen. Niemar war schon einmal bei einem solchen Workshop dabei und weiß, wie wichtig er für das Gruppengefühl ist. Bei so einem Workshop lernen wir uns besser kennen. Bei den normalen Proben bleibt dafür wenig Zeit. Aber es ist wichtig, die ganze Gruppe zu kennen, mit der wir auf der Bühne stehen. Bei dem Workshop stimmen wir auch die Choreografie und die Musikstücke mit unseren Ausbildern ab. Für Manal Badr ist Harakat zur Lebensaufgabe geworden. Auf den Basaren von Kairo sucht die SOS-Familienhelferin nach originellen Requisiten für die nächste Show. Bei einem Bummel durch die Altstadt bekommt sie immer wieder neue Ideen, die sie kreativ in ihren Inszenierungen umsetzt. Wir wünschen uns für die Kinder der armen Wohnviertel eine staatlich anerkannte Harakat-Theaterschule für Bühnenkunst und Design. Die Kinder können dort eine anderthalbjährige Ausbildung durchlaufen. Und nach ihrem Abschluss können sie Selbstausbilder werden. Dann können wir neue Kinder ausbilden und einen sinnvollen Kreislauf schaffen. Jedes Jahr stehen die Harakat-Kinder mit einer neuen Show auf der Bühne der Kairoer Oper. Die 90 Minuten langen Stücke handeln von ernsten Konflikten in der Familie und in der ägyptischen Gesellschaft. Humor ist aber auch erlaubt. Dialoge und Musik schreiben die Kinder häufig selbst. Und auch das Bühnenbild stammt zum größten Teil von ihnen. Manal Badr geht regelmäßig zum Opernhaus. In drei Monaten wird die nächste Aufführung sein. Die Oper ist das größte Showzentrum von Kairo. Hauptsächlich Ägyptens Oberschicht hat hier Zugang. Umso stolzer ist die SOS-Theaterprojektgründerin, dass die Kinder aus dem SOS-Familienprogramm hier auftreten dürfen. Mit dem Opernhaus wurde ein Traum für uns wahr. Hier auf der Bühne zu stehen vor 300 Zuschauern, das stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder ungemein. Wir Projektleiter sind auch total begeistert, dass unsere Kinder hier auftreten und dass das Opernhaus sie so herzlich willkommen heißt. Trotz der schwierigen Verhältnisse, aus denen sie stammen. Hurghada, der beliebte Urlaubsort am Roten Meer. In einer Jugendherberge wird der SOS-Kreativ-Workshop stattfinden. Acht Stunden waren die Kinder aus Kairo per Bus hierher unterwegs. Keines von ihnen war je zuvor am Strand. Für Urlaub haben ihre Familien kein Geld. Umso dringender wollen sie erst einmal in das Erfrischende Nass. Und die meisten bleiben gleich drei volle Stunden drin. Sehr zur Freude von SOS-Projektleiterin Manal. Diese Kinder stammen aus schwierigen Verhältnissen. Sie wachsen ohne Vater auf oder ohne Mutter oder sogar beide Eltern sind abwesend. Wir von SOS achten darauf, dass die Kinder zur Schule gehen. Wir wollen in jedem Fall verhindern, dass die Familien zerfallen und die Kinder womöglich ins Waisenhaus müssen. Der Strand, die Weitläufigkeit und unsere Aktivitäten hier ermöglichen ihnen zumindest mal einen Abstand von ihrem beengten Zuhause. Kairo ist überfüllt und wir haben dort für unser Projekt nirgends einen so großen Platz, wo sich alle gleichzeitig aufhalten können. Hier sind wir umgeben von Ruhe und Natur. Und das fördert die Kreativität. Manal ist stolz, dass die Kinder in ihrem SOS-Kreativprojekt konzentriert und ausdauernd arbeiten. Denn das ist eins ihrer Hauptziele. Unser Ziel ist, den Kindern durch die Kunst eine Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen. Sie können Selbstbewusstsein entwickeln und Teamgeist. Sie bekommen ein Gefühl für Schönheit und ein Bewusstsein für ihre Rolle. Das kreative Arbeiten hat einen positiven Einfluss auf ihr Denken, ihre Gefühle, auf ihre ganze Lebenseinstellung. Und genau das wollen wir erreichen. Selbstbewusstsein auch für die Mädchen, die in der ägyptischen Gesellschaft immer noch nicht gleichberechtigt sind. Im Harakat-Projekt dürfen sie selbstverständlich überall mitwirken. Und ihre Eltern vertrauen den SOS-Kinderdörfern weltweit so sehr, dass sie ihre Töchter unbesorgt auf diese Gruppenreise mitlassen. Für Njema und ihre Freundinnen ist der Workshop ein kleiner Ausflug in die Freiheit. Und die Spielregeln halten sie dabei gerne ein. Nach dem Aufstehen räumen wir das Zimmer auf. Dann gehen wir frühstücken. Wir nehmen an dem Probenteil und am Abend feiern wir. Danach gehen wir zwar ins Bett, aber wir schlafen nicht gleich. Wir unterhalten uns noch eine Weile, aber natürlich ganz leise, damit wir niemanden stören. Harakat hat mich verändert. Früher konnte ich mir nichts merken. Jetzt kann ich mir ganz viel merken, bei den Proben und bei den Shows. Ich kann mich auch in der Schule jetzt besser konzentrieren. Und ich vergesse nichts mehr. All das verdanke ich unseren Auftritten. Höhepunkt der Reise ist ein Überraschungstrip auf einem Glasbodenboot. Die Projektleiterin hat einen Sonderpreis ausgehandelt für diese Touristenattraktion auf dem Roten Meer. Kinder und Betreuer staunen gleichermaßen über die faszinierende Unterwasserwelt. Unsere Idee ist, in Menschen zu investieren, statt in Geschäfte. Wenn wir Frieden auf der Welt schaffen wollen, müssen wir unseren Kindern Bildung ermöglichen. Und genau das tun wir hier. Wir beschäftigen uns mit Kindern, bringen ihnen kreativ etwas bei. Damit fördern wir die Gesundheit, den Frieden und die Entwicklung der Welt. Wenn ich sehe, dass ein Kind Erfolg hat, in eine höhere Schule aufgenommen wird oder einen Preis für ein künstlerisches Schaffen erhält, bin ich glücklich. Es ist auch ein Erfolg für mich und mein Anliegen. Die Harakat-Projektleiter wissen, dass ihre Arbeit nur nachhaltig sein kann, wenn sie kontinuierlich weitergeführt wird. Ein Sprung ins Wasser unter ihrer Aufsicht kann der erste Schritt zu mehr Selbstbewusstsein sein. Doch ohne ihre Betreuung wären die Kinder schnell wieder zurück auf der Straße. Deswegen hofft Manal auf langfristige finanzielle Unterstützung durch starke Sponsoren und auf Anerkennung des Projektes. Nicht nur durch die SOS-Kinderdörfer weltweit. Ich hoffe, dass ein Unternehmen in unser Projekt investiert. Oder dass die Medien das Programm begleiten und Werbung dafür machen. Alle sehen jetzt schon, wie wichtig und erfolgreich Harakat ist. Ich hoffe, dass wir noch einen Investor zusätzlich zu den SOS-Kinderdörfern weltweit finden. Am letzten Tag sind alle aufgeregt und traurig zugleich. Nochmal kurz zum Strand. Dann ist das Ende des Ausflugs gekommen. Natürlich freue ich mich, meine Familie wiederzusehen. Aber meine Freundinnen werde ich auch sehr vermissen. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Am Ende verlassen die Kinder das Urlaubsgebiet dann doch mit leichtem Herzen. Daheim in der Hauptstadt wartet ja auch wieder eine spannende Zeit auf sie. Mit vielen Proben und einem weiteren großen Auftritt im Opernhaus von Kairo. Am Ende des Ausflugs von Kairo.